Könnte man eine Artillerie, die aus einer hohen Distanz feuert und sich versteckt hält, entdecken und bekämpfen? Nehmen wir uns ein Beispiel aus dem Jahre 1944. Es fand auf dem Brückenkopf bei Anzio in Italien statt. Die Alliierten landeten dort, um Rom einzunehmen und die deutsche Gustav-Linie zu umgehen. Am 5. Februar 1944 teilten sich das Leben auf dem Brückenkopf in Vorher und Nachher. Es regnete 280 mm Granaten aus Eisenbahngeschützen darauf. Tatsächlich gab es eine Batterie mit zwei K5 E-Kanonen, die männliche Namen Robert und Leopold trugen. Aber die Alliierten, Soldaten und Offiziere nannten sie Anzio-Anni oder Anzio-Express. Ein anfliegendes Projektil ähnelte dem Dröhnen eines Zuges. In der Nacht zum 9. März, den Luftbildern zufolge, schossen die Deutschen acht solcher Granaten in ein Treibstofflager, das drei Tage lang brannte. Innerhalb eines Monats sprengten die Treffer von 280 mm Kanonen insgesamt 1.500 Tonnen Munition der Alliierten in die Luft. Die Kanonen beschossen den gesamten Brückenkopf und den Hafen, trafen auch Transportschiffe. Die ganze beträchtliche Luft- und Seemacht der Alliierten konnte mit nur zwei Kanonen nicht fertig werden. Sie feuerten und versteckten sich in einem Tunnel in den Bergen, etwa 30 km von Brückenkopf entfernt. Die Aktionen der Batterie gingen sogar in die Chronik ein. Einmal entdeckte die Alliiertenaufklärung Waffen, die unter den Tarnnetzen versteckt waren, und sie wurden bombardiert. Alle waren glücklich, aber nicht lange. Es stellte sich heraus, dass es sich um Holzmodelle handelte. Den größten Erfolg brachte die Beschädigung des Motorkahrens, der die Geschütze zog, durch eine Explosion am Eingang des Tunnels. Insgesamt feuerten von Februar bis April 1944 diese zwei Kanonen 523 Granaten des ziemlich großen Kalibers ab. Die Geschichte endete erst im Zusammenhang mit dem Allgemeinen Erfolg der Alliierten und dem Durchbruch nach Rom. Die Deutschen haben die Geschütze aufgegeben. Leopold ist das Museumsstück noch intakt. Das Geschütz Leopold ist als Museumsstück heute noch intakt. Natürlich hatten die Alliierten K5E früher oder später erwischt, aber Tatsache bleibt, dass ein paar Kanonen mehrere Monate lang ungestraft den Alliierten Brückenkopf bei Anzio terrorisierten. Ab den ersten Kriegstagen im Osten wurden sie auch an der sowjetdeutschen Front eingesetzt. Wie man an diesem Beispiel sieht, ist es nicht immer einfach die Artillerie, die einen terrorisiert, zu entdecken und zu bekämpfen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.